In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man ein Buy-Grid-System in MQL5 programmieren kann. Hier werden Buy-Positionen eröffnet, immer dann, wenn der Preis 50 Punkte steigt. Also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas in MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte im Meta-Trader auf dieses kleine Symbol hier oben oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simples, Buy-Grid-System, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb der Untick-Funktion gelöscht werden und wir entfernen auch die zwei Kommentarzeilen. Zunächst importieren wir uns die Datei Trade.mqh, die ist Bestandteil von MQL5 und stellt vereinfachte Handelsfunktionen bereit. Dazu erstellen wir uns eine Instanz von der Klasse C-Trade, die bekommt den Namen Trade. Außerdem benötigen wir ein Array für Preisdaten. Das erzeugen wir mit MQL-Rates und der Name ist Preis-Info. Und für unser Signal erzeugen wir uns noch eine String-Variable, die bekommt den Namen Signal, aber noch keinen Wert zugewiesen. Innerhalb der Untick-Funktion erstellen wir uns eine statische Variable vom Typ Double. Die hat den Namen Next Buy Price und soll den Level für die nächste Kaufpreisaktion festlegen. Dieser Zusatz Static, der sorgt dafür, dass diese Variable ihren Wert während der Laufzeit des Expert Advisors behält. Im nächsten Schritt berechnen wir den Ask-Preis. Das übernimmt die Funktion Symbol-Info-Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir nutzen Symbol-Ask als Parameter. Und mit Normalized Double und Unterstrich Digits stellen wir sicher, dass die richtige Anzahl von Nachkommastellen für das jeweilige Währungspaar automatisch berechnet wird. Mit Hilfe von Array Set As Series sortieren wir unser Preis-Info-Array jetzt von der aktuellen Kerze an abwärts. Und mit Copyrates füllen wir unser Preis-Info-Array für das aktuelle Währungspaar und die aktuell ausgewählte Zeiteinheit. Wir starten mit Kerze 0 und kopieren die Preis-Informationen für 3 Kerzen in unser Preis-Info-Array. Immer wenn wir keine geöffnete Position haben, das wäre der Fall, wenn Positions-Total den Wert 0 zurückliefert. Dann setzen wir den Preis-Level für den nächsten Kauf auf 0. Um das Signal zu ermitteln, rufen wir eine Funktion mit dem Namen Check-Entry-Signal auf. Die existiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht, also müssen wir die gleich noch programmieren. Als Einstiegskonditionen prüfen wir hier, ob der Ask-Preis größer oder gleich dem Next Buy Price Level ist. Zweite Kondition ist, dass wir prüfen, ob unser Signal auf Buy, also auf Kaufen steht. Und wenn das der Fall ist, dann nutzen wir Trade.buy, um eine Position für 10 µLot zu kaufen. Die ist gleichzeitig dann der Basiswert für unseren nächsten Kaufpreis. Den setzen wir jetzt nämlich auf den aktuellen Ask-Preis plus 50 Punkte. Und damit wir auch was sehen, nutzen wir eine Comment-Ausgabe. Die wird uns auf dem Chart den aktuellen Ask-Preis und den Next Buy Price anzeigen. Soweit war es das mit der Hauptfunktion. Damit wir diese Funktion hier nutzen können, müssen wir die jetzt noch programmieren. Unsere Funktion soll Check-Entry-Signal heißen und eine String-Variable, also einen Textwert zurückgeben. Dazu nutzen wir in unserem Beispiel eine ganz einfache Überprüfung. Und zwar prüfen wir, ob der Schlusskurs der letzten Kerze höher lag als der Eröffnungskurs. Dann wäre die Kerze Bullish und dann setzen wir unser Signal auf Buy, also auf Kaufen. Im anderen Fall, wenn der Schlusskurs unter dem Eröffnungspreis liegt, dann wäre das ein Verkaufssignal. Und dann setzen wir unsere Signal-Variable hier auf Sell. Zum Schluss nutzen wir den Return-Befehl, um unser ermitteltes Signal an das Hauptmodul zurückzugeben. Das war's soweit. Wenn Ihnen das hier zu schnell ging oder wenn Sie nicht wissen, was alle diese Codezeilen hier bewirken sollen, dann ist vielleicht der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Das hier war übrigens wieder eine Idee von einem Premium-Kursmitglied. Und wenn Sie bereits Premium-Mitglied sind und eine Idee für so ein Video haben, dann schicken Sie mir doch einfach ein E-Mail. Für den Moment klicken wir hier auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. In meinem Fall hat das ohne Fehler funktioniert und wenn das bei Ihnen auch der Fall ist, dann können Sie jetzt hier oben klicken oder die F4-Taste drücken, um in den Metatrader zurückzukehren. Und im Metatrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Bitte wählen Sie hier die neu erstellte Datei simples.bygridsystem.ex5 aus, markieren Sie die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier läuft unser Expert Advisor auch schon los und wenn wir das mal etwas beschleunigen, dann sollten wir sehen, dass hier nach und nach auf unterschiedlichen Ebenen neue Kaufpositionen eröffnet werden. Das ist jetzt der Fall. Unser Expert Advisor funktioniert also wie gewünscht und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie einen simplen Bygrid Expert Advisor in MQL5 programmieren können und Sie haben das selbst getan mit diesen paar Zeilen Daten hier im Meta-Editor.